Guten Abend, ich begrüsse euch ganz herzlich zu unserem neuen Livestream. Heute Abend lernen wir wieder Schweizerdeutsch zusammen. Ganz einfacher Livestream, wir wiederholen einfache Fragen und Fragenwörter. Ich begrüsse euch ganz herzlich. Schreibt im Chat. Schreibt eure Antworten auf die Fragen, die kommen. Ich gebe Antworten, die für mich passen. Und ihr müsst auch wählen und sagen, was ist richtig. Ich gebe immer zwei Möglichkeiten, wo ihr dann wählen könnt, was stimmt für mich. Also, hallo Olivia, schreibt doch, wenn ihr da seid. Begrüsse die anderen. Hallo Piotr. Danke für das Kaffee, das du mir heute spendiert hast. Und den anderen, die mir auch schon ein Kaffee spendiert haben. Jetzt bin ich voller Energie und wir können loslegen. Ja, zuerst gehen wir mal die Fragewörter durch. Die Fragewörter. Das erste, wie. Ja. Da können wir verschiedene Fragen daraus machen. Zum Beispiel. Ihr könnt auch schreiben. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wie ist das? Oder wie heiss ist? Oder wie weit geht es noch bis zum Ziel? Wie weit geht es noch? Oder wie hoch ist das Matterhorn? Wissen Sie das? Irgendetwas über 4000 Meter. 4500 ungefähr. Aber wisst ihr das? Genau. Olivia. Wie lebst du? Wie geht es? Hallo, Dario. Genau, das ist sehr gut. Also wie. Das ist ein Fragewort. Und Fragewörter sind immer am Anfang vom Satz. Dann haben wir was. Was. Was können wir da für Fragen stellen? Und was würdet ihr sagen? Was ist deine Lieblingszahl? Oh, vielleicht habt ihr eine Lieblingszahl. Was ist dein Lieblingsbuch? Mit was können wir ganz, ganz viele Fragen stellen? Ja. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, was das wir sagen könnten. Dann könnt ihr schreiben im Chat. Dann, wenn. Mit wenn fragen wir über den Zeitpunkt. Wenn ist etwas passiert? Ja. Oder wenn bist du geboren? Wann bist du auf die Welt gekommen? Was könnten wir noch für Fragen stellen mit wenn? Ich möchte dich einladen. Wann hättest du Zeit? Wann bist du fertig mit dem Arbeiten? Wann hast du Feierabend? Ja. Was würdet ihr für Fragen stellen mit wenn? Wann sind ihr vom Arbeiten heinkommen? Wann ist endlich richtig Frühling? Es ist schon Frühling nach dem Kalender, aber manchmal ist es noch ein bisschen kalt. Also du kannst fragen, Olivia, wann ist endlich richtig Frühling? Richtig warm und schön. Aber richtig Frühling, das heisst auch im April sehr wechselhaftes Wetter. Also ich glaube, wir haben schon richtig Frühling. Wer? Bei wer fragen wir immer für eine Person? Wer hat etwas gemacht? Ja. Wer hat das gesagt? Genau. Du hoffst, dass der Frühling bald kommt, Dario. Wer ist alles am Livestream schauen? Meldet euch. Schreibt, wie ihr heisst. Wer von euch lebt in der Schweiz und wer von euch lebt im Ausland? Wer? Also fragen wir immer für Personen. Und wo ist ein Ort? Wo bist du? Ja. Wer hat gestern Geburtstag gehabt? Dario, Herr Kayanik, hast du Geburtstag gehabt? Dass du so fragst. Wer hat im Mai Geburtstag? Meine Kinder haben im Mai Geburtstag. Wo? Wo bist du? Du nicht, ja. Wo sind wir jetzt? Sind ihr daheim? Wo ist das? An welchem Ort? Wo wohnet ihr? Wo bist du gerade, Katrin? Ja. Ich habe einen Green Screen und ich bin gerade in der virtuellen Welt. Aber eigentlich in meinem Büro. Daheim. Ich bin daheim in meinem Büro. Olivia, du hast im November Geburtstag gehabt. Also du hast auch nicht gestern Geburtstag gehabt. Also. Ähm. Ähm. Wie viel? Wie viel? Das ist, wenn wir nach Zahlen fragen. Zum Beispiel auch, wenn du rechnest. Wie viel ist 3 plus 7? Ja. Oder wie viel ist 7 mal 9? Ja. Ja. Dann stellen wir häufig diese Frage. Wie viel? Wenn wir nach Zahlen fragen. Oder wie viel Zeit ist? Ja. Das ist eine komische Art, um nach der Zeit zu fragen. Aber man fragt. Wie viel Zeit ist? Oh. Jetzt ist 8 gewesen. Ja. 3 und 7 ist 10. Genau. Olivia. Du bist auch zu Hause. Mhm. Ähm. Wie viele Leute sind in deiner Familie? Wie viele Kinder hast? Ähm. Genau. Wie viele? Und dann. Woher? Also. Jemand ist da. Und er ist irgendwo hergekommen. Ja. Wo ist er vorher gewesen? Woher kommst du? Also wenn zum Beispiel ein Kind reinkommt und ich frage, woher kommst du? Dann sagt es vielleicht, ich bin gewesen, ich war Velo fahren. Oder ich war mit meinem Freund. Aber du kannst auch fragen nach der Herkunft. Woher kommst du? Aus welchem Land kommst du? Oh. Dario, das ist eine gute Frage. Wie viele Videos hast du schon von der Katrin angeschaut? Ich weiss nicht, wer die Video zählt. Ähm. Zählst du die Video? Ich, ähm. Ich weiss nicht einmal, wie viele Videos ich schon gemacht habe. Also. Das ist eine schwierige Frage zum Beantworten. Ja. Oder. Woher kommst du, Olivia? Und Dario, woher kommst du? Ja. Ich komme aus der Schweiz. Es ist häufig die Herkunft. Der Ort, wo die Familie war. Woher ich komme. Das sagt dann auch, welche Muttersprache ich häufig habe. Ja. Woher. Olivia, du hast so viele Videos angeschaut. Sehr gut. Du hast schon viel lernen können. Und dann. Woher. Ist das Gegenteil von woher. Woher. Ist wo bist du gewesen. Und woher. Ist woher gehst du. Ja. Woher gehst du. Heute am Abend. Gehe ich nur noch ins Bett. Ja. Nach dem Livestream. Nach dem Feierabend. Gehe ich ins Bett. Woher gehst. Woher gehst du dir am Wochenende. Gehe ich ins Bett. Ah. Dario. Du hast die Frage nicht gern. Woher. das du kommst. Weil du nicht weisst. Was du antworten. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Oder musst du das ein bisschen länger erklären. Bei vielen. Bei vielen Leuten. Ist das vielleicht die Herkunft. Nicht so klar. Die Mutter. Kommt aus einem anderen Ort. Der Vater. Kommt aus einem anderen Ort. Und man ist noch nicht anders aufgewachsen. Und dann ist das gar nicht so eine einfache Frage zum Beantworten. Woher gehst. Woher gehen wir in der Stadt. Ja. Wenn du willst in die Stadt gehen. Mit Freunden. Eins gehen. Ziehen. In Ausgang. Dann kannst du fragen. Woher gehen wir. Woher wollen wir gehen. In welches Restaurant. Ja. Sehr gut. Oder woher gehst. In die Ferien. Genau. Olivia. Das kommt dann auch noch. Wir sagen. Wir reden weniger von Urlaub. Wir reden mehr von Ferien. Auf Schweizerdeutsch. Olivia. Du bringst es auf den Punkt. Das macht die Frage ein bisschen einfacher. Der Dario kommt aus Europa. Also. Wenn man mich fragt. Wie heisst du? Dann habe ich zwei Antworten. Welche ist richtig? Wie heisst du? Wie heisst du? A. Ich bin die Kathrin. Oder B. Ich bin die Kathrin. Was denkt ihr? Was ist richtig? Und ihr. Wie heisst ihr? Genau. Olivia. Ferien. Sagen wir auf Schweizerdeutsch. A. Ist richtig. Genau. Auf Schweizerdeutsch. Sagen wir die Artikel. Ich bin die Kathrin. Du bist die Olivia. Oder du bist der Dario. Ja. Dann müssen wir. Auf Schweizerdeutsch. Müssen wir die Artikel sagen. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Genau, Dario. Du meinst, Fragen können zweideutig sein. Je nach Kontext kannst du dir das ausdenken. Meinen sie die Leute, woher kommst du? Meinen sie jetzt, heute? Wo bist du gewesen? Woher kommst du jetzt? Oder woher kommst du ursprünglich? Woher kommt deine Familie? Genau. Wer bist du? Auf wer bist du? Da kann man sehr verschieden antworten. Man kann den Beruf sagen. Ich bin Lehrerin. Primarlehrerin. Oder ich bin... Genau. Du bist Schweizerin. Genau. Ich bin Schweizerin. Ich bin zwar in Afrika geboren, aber ich bin nicht Afrikanerin. Vielleicht die, die das Interview gesehen haben mit meiner Mutter, die wissen, dass ich in Afrika geboren bin, aber wir sehen das auch an der Haut an. Ich bin nicht schwarz. Ich bin auch nicht Afrikanerin. Wie alt bist du? Da müsst ihr jetzt raten. Wie alt bist du? Olivia, ich bin zu Mugonero geboren. Zu Mugonero. Das ist im Land Ruanda. Aber wie alt bist du? Ihr könnt schreiben, wie alt ihr seid. Zum Beispiel, Olivia, bist du schon 40 gewesen? Wie alt bist du? Dario, du bist 32. Und was denkt ihr, wie alt bin ich? Bin ich 39 oder 44? Genau, Olivia, du hast richtig geraten. Ich bin 44. Ich sehe schon nicht mehr so jung aus wie 39. Der Dario, bist du der Jüngste von uns? Sehr wahrscheinlich. Ja, wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Wie viele Kinder hast du? Zum Beispiel, ich habe ein paar Kinder. Habe ich 4 Kinder oder 40 Kinder? Was denkt ihr? Die, die zahlen können. Oi, Olivia. Ist das B die Antwort für die Frage jetzt? Denkst du, ich habe 40 Kinder? Vielleicht habe ich einmal 40 Grosskinder oder Urgrosskinder. Natürlich, ah, jetzt habe ich 4 Kinder. 4 Kinder. Ja, sie sind schon bald nicht mehr Kinder. Es sind schon alle Jugendliche. Aber sie werden immer meine Kinder bleiben. Nein, Dario, ich habe nicht 5 Kinder. Das ist so viel, das hat es nicht gegeben. Das ist nicht gegangen. Aber 4, genau. Genau. Ich habe 4 Kinder. Aber meine Grossmutter, sie hatte über 40 Urgrosskinder. Also, zuerst hat man ja Kinder und dann die nächste Generation, das sind Grosskinder. Und die dritte Generation, das sind Urgrosskinder. Ja. Also, sie hat über 40 Urgrosskinder gehabt. Meistens 27. Hallo, Nico Nestra. Du bist 27. Ja. 4 Kinder. 4 Kinder ist schön. Das ist gut. Das ist für mich okay. Viel, nicht viel. Auf jeden Fall haben wir ein volles Haus und ein volles Auto, wenn wir reisen gehen gehen. Also, wer ist dein Mann? Also, vielleicht wisst ihr, wie mein Mann heisst. Vielleicht habt ihr das auch schon einmal gehört. Oder sonst müsst ihr raten. A oder B. Das ist der Markus oder das ist der Adam. Was denkt ihr? Wie heisst mein Mann? Wer ist dein Mann? Der Markus oder der Adam? Wer ist deine Frau? Genau. Dario, du kennst uns schon gut. Mein Mann heisst Adam. Genau. Der Markus, das wäre der Name von meinem Vater. Der Markus ist mein Vater. Und ich habe da... Genau. Entweder A oder B Olivia. Ich habe das geschrieben, um euch daran zu erinnern, dass man den Artikel sagt mit Namen. Das ist der Markus oder der Adam. Das ist eine kleine Wiederholung. Wann hast du geheiratet? Häufig wird mir ja gefragt, wann bist du auf die Welt gekommen? Oder wieso nicht einmal fragen, wann hast du geheiratet? Ich und mein Mann, den Adam, wir haben geheiratet. Und zwar A im September 2011 oder B im August 2000. Was denkt ihr? Wie lange sind wir schon geheiratet? Also 2011, das wäre jetzt 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und 2000, das wäre schon 21 Jahre. Wie lange sind wir geheiratet? Wann habt ihr geheiratet? Wie lange seid ihr schon geheiratet? Ja, das wäre auch eine gute Frage. Genau. Dario, wir haben im August 2000 geheiratet. Und das ist schon über 20 Jahre her. Im letzten Sommer hatten wir 20-jähriges Jubiläum. Also unser 20. Hochzeitstag. Tönt ihr Hochzeitstag feiern? Mit euren Partnern und Frauen und Männern. Ja, das ist... Man hat nicht das Gefühl, dass es so lange ist. Aber wenn man so rechnet, ist es doch schon einige Zeit. Dario, du bist seit 2017 verheiratet. Ja, du bist auch noch ein bisschen jünger. Und ihr habt noch Zeit, Kinder zu haben. Vielleicht längst es noch für vier Kinder. Ja, das ist aber auch schon vier Jahre. Wo bist du aufgewachsen? Ja, Kinder, die müssen wachsen. Sie müssen gross werden. Und der Ort, wo du bist aufgewachsen, das ist vielleicht prägend. Ja, das Land, wo du bist aufgewachsen. Olivia, du redest du aus Erfahrung. Das siebten Jahr ist ganz schwierig. Also, Dario, wir wünschen dir viel Durchhaltevermögen. Wenn es kompliziert wird und schwierig wird, nachher hast du grosse Chancen, dass es wieder besser wird. Also, wo bist du aufgewachsen? A, ich bin in Afrika aufgewachsen. Oder B, ich bin im Kanton Friburg aufgewachsen. Äh, vielleicht wüsstet ihr schon etwas. Oder vielleicht könnt ihr raten, was, äh, wie das bei mir der Fall ist. Oder ihr könnt auch schreiben, wo das ihr aufgewachsen seid. Wo sind ihr aufgewachsen? Wo habt ihr eure Kindheit verbracht? Genau, also, ich bin im Kanton Friburg aufgewachsen. Äh, ganz, äh, in der Nähe von der Stadt, in der Agglomeration von der Stadt. Und, äh, aber ich rede nicht Friburger Deutsch. Äh, genau, ähm, genau, ähm, genau, Dario, du hast auch recht. Also, Friburg ist eine sehr schöne Stadt. Mit einer schönen Kathedrale. Mit einem schönen Dialekt. Also, die Deutsch-Friburger, die tun sehr schön, haben ein schönes Dialekt, aber ein schwieriges. Ihr könnt vielleicht mal einen Test machen und gehen schauen, wie gut, dass ihr die Friburger versteht. Ja. Friburg ist cool, Olivia, du bist auch schon dort gewesen. Ja, ich denke, es ist ein Ausflug wert, wenn ihr mal ein Ziel sucht, um zu reisen gehen, so an die Sprachgrenzen, Deutsch-Französisch, ist Friburg sicher schön. Ähm, oder im Kanton Friburg kann man gehen, auf Gruyère gehen, der Käse kommt von dort, der Gruyèreser Käse. Und dort hat es eine Schaukäserei. Und im gleichen Ort, neben Draht, das Brot, hat es auch eine Schocke-Fabrik, wo man kann gehen, die Käse-Schocke-Fabrik. Das ist auch immer ein beliebtes Ausflugsziel von meinen Kindern. Zagreb ist auch ganz cool. Olivia, ich habe keine Ahnung, wie es Zagreb ist. Ich war noch nie dort, aber es wäre schön, einiges zu gehen. Also, was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? A, ich bin Psychologin. Oder B, ich bin Sprachlehrerin. Olivia, du meinst, ich bin A und B. Ja, das könnte man vielleicht fast ein bisschen sagen, wenn man mit den Leuten spricht und so, muss man manchmal auch ein bisschen psychologisch begabt sein. Als Lehrer muss man natürlich auch psychologisch begabt sein. Aber ich habe nie Psychologie studiert. Es interessiert mich aber, ich bin Lehrerin von Beruf, Sprachlehrerin. Und als erstes war ich Primarschullehrerin. Also, ich habe mit kleinen Kindern gearbeitet, als erstes. Genau, ich bin deine Sprachlehrerin. Das ist klar, oder? Das war nicht eine schwierige Frage. Woher kommen deine Eltern? Heute gibt es schon ganz interessante Familienkonstellationen mit Leuten aus allen Ecken der Welt. Oh, Olivia, mit vier Kindern bin ich auch Krankenschwestern. Ja, ein bisschen. Manchmal haben wir ein Spital zu Hause, aber heute weniger. Wenn die Kinder kleiner waren, dann gab es schon, dass sehr viele Kinder krank waren. Oder gerade alle gleichzeitig. Aber woher kommen deine Eltern? Also, A, sie kommen aus Zürich und Luzern. Oder B, sie kommen aus Bern und Friburg. Was denken ihr? Zürich und Luzern oder Bern und Friburg? Vielleicht müsst ihr jetzt überlegen, mit dem Dialekt, was ist jetzt das, was sie redet? Ja. Also, woher kommen eure Eltern? Kommen sie aus dem gleichen Ort? Oder kommen sie aus verschiedenen Ländern? Vielleicht sogar. Früher war es ja so, wenn jemand... Olivia, du glaubst, die Mutter ist aus Luzern und der Vater von Zürich. Das ist die richtige Antwort. Antwort, A, aber umgekehrt. Also, mein Vater kommt aus dem Kanton Luzern und meine Mutter kommt aus der Stadt Zürich. Und früher war das natürlich fast wie ins Ausland, wenn man zum Beispiel von einem Kanton in den anderen ist. Mein Vater ist von Luzern auf Zürich studieren und dort hatten sie einen Club von den Highway Luzernern. Ja, weil sie sich gefühlt haben wie im Ausland, in dem Zürich, in dem protestantischen Zürich. Ja, aber heute ist die Welt, glaube ich, ein bisschen kleiner geworden. Genau, meine Mutter ist von Zürich. Mhm. Okay, und mein Vater ist ein Bauernbüb. Er ist auf dem Land aufgewachsen und seine Eltern haben gebauret. Woher gehst du in die Ferien? Wir kommen langsam zu der letzten Frage. Woher? Zukunft, was habt ihr für Pläne? Woher? Geht ihr in die Ferien? Wissen ihr das schon? Sind ihr schon am Planen? Oder ist es noch zu früh mit Covid und so? Wollen ihr eher spontan irgendetwas machen? A. Ich weiss noch nicht. Oder B. Ich gehe auf Kuba in die Ferien. Genau so etwas Ähnliches, ja. Mein Vater hat sich ein bisschen als Ausländer gefühlt im Kanton Zürich, also in der Stadt Zürich. Oder auch als Landbüb in der Stadt. Oh, Dario, ihr geht auf den Roten Berg. Ist das ein Berg in der Schweiz? Sicher A, meinst du? Olivia, ich weiss es noch nicht so genau. Das stimmt, aber gehen wandern, das wäre schön. Wir gehen, also meine Familie, wir haben schon darüber geredet, dass wir auf Kuba gehen könnten, aber sehr wahrscheinlich nicht in diesem Jahr. Wir müssen zuerst ein bisschen Geld sparen und ein bisschen schauen, wie die Situation wird sein. Und dann können wir dann vielleicht planen, auf Kuba zu gehen, weil wir Freunde haben, die von Kuba sind. Und das wäre schön, wenn wir sie besuchen könnten und mit den Delfinen schwimmen gehen. Ja. Unsere Freunde sind Delfintrainer. Ah, hallo, Soheil. Also, Rote Berg. Ah, der Rote Berg ist das Luzern. Also, du gehst nicht so weit. Oder das sind einfach die Pläne für die nähere Zukunft. Und dann, was sind deine Hobbie? Was sind deine Hobbie? Was macht ihr gerne? Ihr könnt mal raten, was ich gerne mache. Ich tue gerne Auto fahren. Oder B, ich tue gerne singen. Was stimmt für mich? Das ist vielleicht nicht so schwierig zum Wissen. Oder raten. Was sind eure Hobbie? Macht ihr eine von diesen Sachen auch gerne? Also, Autofahren oder Singen? Oder habt ihr noch ganz andere Hobbie? Ich glaube, Dario, dein Hobby ist, glaube ich, Sprachen lernen. Schweizerdeutsch lernen. Ja, das kann auch ein Hobby sein. B. Olivia, du sagst B. Genau, ich tue gerne singen. Das stimmt. Das heisst, ich tue nicht ungern Autofahren, aber ich würde es nicht als mein Hobby bezeichnen. Und ich möchte gerne ein bisschen ökologisch sein und dann nehme ich vieles Velo, zum Beispiel. Wenn ich kann. Oder ich tue kürzere Ausflüge planen. Oder so. Genau, Olivia, du tust gerne schütten. Ja, in Amerika ist das ein Frauensport. In Europa ist es wie ein Männersport. Aber ich habe eigentlich auch immer noch gerne geschütten, einfach wenn wir in der Schule geschütten haben. Das ist etwas, wo man ein bisschen muss üben, dass man Freude daran hat. Ja, Dario, ein bisschen kennen wir uns schon. Olivia, du tust auch gerne Velo fahren. Genau, Velo fahren mache ich auch gerne. Man kommt ein bisschen weiter, als wenn man nur zu Fuss geht, wenn man Velo fahren. Dann hat man eine grössere Reichweite. Und meine Eltern haben jetzt ein E-Bike gekauft. Und jetzt machen sie jedes Wochenende Velotouren von etwa 80 Kilometern, wo das Berg auf und Berg ab geht, sehr hügelig ist. Und sie haben, glaube ich, sehr Freude an ihrem Velo. Also, wenn man ein E-Bike hat, ein Elektro-Velo, dann hat man noch eine grössere Reichweite und kann mehr sehen. Gut, das sind die Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mich gefreut, mit euch zu chatten. E-Bike ist auch dein Traum, Olivia. Genau, du kannst ein bisschen sparen. vielleicht ist es gut, wenn du jemanden findest, der auch ein E-Bike hat, dass er zusammen E-Bike fahren kann. Sonst fährst du auch nicht davon, das wäre nicht lustig, wenn du viel schneller bist als die anderen. Ich danke all den Leuten, die mich unterstützen, die mir Kaffee kaufen oder für extra Filme angemeldet haben. Am Montag, am Abend, am 8. haben wir immer einen Kurs. Das ist eine Gruppe für Anfänger und Leute, die möchten anfangen, zu reden, die vielleicht schon viel verstehen und möchten anfangen, zu reden. Also habt keine Angst, euch anmelden für den Kurs am 8. am Montag und dann am Zestag am Abend, heute am 9. haben wir auch einen Kurs für Leute, die schon ziemlich gut Schweizerdeutsch reden, das zum Konversationsüben und ein bisschen Wortschatz erweitern und die lade ich ein, dass ihr euch da unten meldet, wenn ihr möchtet mitmachen, dann möchte ich zuerst mit euch reden und schauen, wie gut, dass ihr Schweizerdeutsch redet. Und dann, das haben wir schon gesagt, ihr könnt euch anmelden und den Kanal abonnieren, subscriben und mitmachen, dann habt ihr auch immer das Nötigste, was ihr wisst, dann wisst ihr immer, was läuft, was es wieder für einen Livestream gibt und es gibt eine Applikation für Schweizerdeutsch, die könnt ihr auch runterladen, im Moment ist es erst auf iPhone erhaltlich, also die, die ein iPhone haben und gerne über eine App würden, Schweizerdeutsch lernen, die könnt da in der Beschreibung einen Link herunterladen und das mal anschauen, ob das etwas wäre für sie. Und dann nachher gehen auf meine Homepage und schauen was es für Offerten gibt. Ich habe ganz viele Filme online auch auf YouTube Also bleibet dran, lehren Schweizerdeutsch, habt nicht Angst, fänden an reden mit euren Kollegen, Freunden auf der Strasse, was auch immer. Macht's gut, tschüss zusammen, schöne Woche. Tschüss. 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 Tschüss.